Ja, also ganz ehrlich, früher, da waren die Männer noch richtige Kerle, so richtig stark und robust, animalisch und, ja, James, das ist einfach so, so ein richtiges Weichei, ne? Ja, hätte ich mich auch direkt für eine Frau entscheiden können. Sonny, Sonny, Mama Eben, weil ich nicht mehr wieder sterbe. Ja, was ist denn? Komm, ich kann. So, hier, bitteschön, kann ich sonst noch was für dich tun? Dir vielleicht ein Zäpfchen in den Po schieben? Oh, mein Gott, du hast doch nur einen Schnupfen. Ich bin, 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 ich